Grüß euch, zu dem Video heute haben wir mal eine kurze Tour. Servus. Nils und Niklas ist mit dabei, mein Dad ist auch noch mit dabei und wir starten hier am Spitzingsee unten auf 1100 Meter und unten auf geht es auf 1580 Meter und heute gibt es einen Pulver bis zur Nase und das ist nicht weiter wie blöd. 30 cm haben wir und sehen wir euch einmal mit in das kurze Video, weil das werden wir heute ein bisschen gewiesen. Gut, viel Spaß dabei. Haben wir einen Pulver? Wir haben einen Pulver. Dann jetzt über die Piste rauf, über die Osthangalm, jetzt über den Stümpfling und die letzten Meter geht es jetzt hier noch über den Forstweg rauf auf den Rostkopf und dann haben wir circa 500 Kilometer halt gemacht und das hat sich bis jetzt echt gelohnt. Aber ich glaube ein zweites Mal könnte es sich von da mal rausgehen. Das ist wirklich der Wahnsinn, was wir hier für unverspurte Hänge noch für uns haben. Ah, herrlich. Da gefreut sich einer auf die Abfahrt gleich. Cool. So, jetzt haben wir uns für eine kleine Zwischenabfahrt entschieden. Dann werden wir mal abfällen und dann machen wir schon mal die ersten Lines da runter und genießen den Schnee, oder Jungs? Jawohl, auf geht's. Gehen wir den Stoff. Also, viel Spaß. Hallo, dann! Juhu! Kras! Kras! Oh, ha, 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 ha! Das ist super! Leck mich an was! Ein Pulver! Ah, Schatz und Josef! Wuhu! Ein Pulver füßt zueinander! Leck mich an was! Das ist ein Pulver füßt. Es ist schon klar, dass die da rein fahren. Nein, nein, nein. Ich habe gehört am Pau da, richtig. Das ist ein Mühe blöd. Das ist sowas von blöd. Ja, unsere Berge sind halt nicht so groß. Da muss man halt dreimal hinaufrennen. Aber immerhin haben wir welche. Wenn du einfach auf die Zugspitze gehst, dann wärst du noch einmal gegangen. Zugspitze hast recht, da gehst du noch einmal. Aber ich glaube, da gehst du allgemein noch einmal hinauf. Es sei denn, du heißt Felix Buck. Der rennt immer hinauf. Der Felix an der Stelle. Schaut mal bei dem vorbei, bei dem Wuden. Der rennt immer auf die Zugspitze hinauf. Irre. Der Felix. Der Felix. Der Felix. Der Felix. Der Felix. Komm, komm! � Jetzt sind wir am Mont Everest. Ja, so ungefähr. Aber ich wusste nicht, dass sie da einen Lift gebaut haben. Echt, oder? Achso, da. Aber der fährt halt leider nicht. Ja, mein. Boah, ist echt ganz schön. Ganz schön winterlich da rum. Am Ausgut. Und das mit dem Herz zapfig ist es. Und bevor wir jetzt da führen, fahren wir gleich wieder runter. I'm the last man getting lost It's a feeling that it's hard to face Do we need a second chance? I'm the new second place Oh, look. I'm so excited. Das ist das, was wir wirklich brauchen. In this fight there will only be a looers. And this thing is too hot on me, so I'm going on the ground. I'm going on the ground. I'm going on the ground. Yeah! 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 So Lies! And? Na woi! Schön war's, geil war's, Papa! Und? Hervorragend! Ein Traum, oder? Ja, aber jetzt passt's wieder! Nein, aber echt eine lässige Geschichte heute und ich mache jetzt einfach ein kurzes Video für euch, ich hoffe. Euch hat's dann gefallen, wenn ich's zusammengeschnitten habe, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschau, servus! Tschau, servus! Servus! ischen